Sebastian Fitzek und ich haben einen gemeinsamen Freund, Dirk Eilert. Und es ist nicht nur so, dass Dirk schon bei Bartho und mir im Podcast zu Gast war und dass er Sebastian Fitzek bei seinem Psychosocial Mimik beraten hat. Er ist auch selbe Autor, also ganz für sich. Und er hat ein neues Buch rausgebracht. Dirk Eilert, was dein Gesicht verrät. Jetzt ist es so, meine Mama hat gefragt, ob ich ihr dieses Buch vielleicht mal ausleihen könnte, damit sie in Zukunft weiß, wann ich flunker. Ich glaube nicht.